Nummer 1 ist Gorbatschow und hat halt auf dem Kopf so komische Flecken. Dafür ist er bekannt. Genau dafür ist er bekannt. Das ist seine größte Errungenschaft. Perfekt. Ach Gott. Ich glaube, das ist auch direkt das perfekte Intro für diesen besten Brennpunkt aller Zeiten. Folge 171. Ich bin krank, Tino. Ich bin krank. Man hört es vielleicht. Du bist dafür ausnahmsweise gesund. Schön, dass du lebst. Ja, so einigermaßen. Wie gesagt, manchmal habe ich so ein bisschen noch Probleme, aber es wird immer besser. Die letzten drei Tage waren richtig gut und ich bin topfit. Ich bin wach, habe ganz gut geschlafen und es ist heute Samstag. Wir sind transparent. Heute ist der dritte, neunte und es ist 13.12 Uhr. So ist es. Also ACAB quasi, zufälligerweise. Tino ist Real Talk. Ich bin Real Talk. Ganz zufälligerweise. Es ist viel passiert, liebe Leute. Und ich bin krank, schleife mich trotzdem für euch vor das Mikrofon. Es tut mir leid, wenn das für euch vielleicht ein bisschen eklig ist, wenn ich ein bisschen in der Saal rede oder ab und zu mal mache oder so. Das habt ihr halt nicht besser verdient. Ach, wen das stört, der ist kein Brennpunkt-Fan, ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Genau so. Wir nehmen die letzte Woche auch noch ein bisschen mit rein, denn es war Gamescom, Tino. Es ist viel passiert. Diese Woche ist auch viel passiert. Jetzt gerade in der Pipeline, oh, Ende 2022, Anfang 2023 soll das 9-Euro-Ticket einen Nachfolger bekommen. Und ich denke mir, Halleluja, denn genau das ist es wahrscheinlich, was mir jetzt diese Krankheit eingebrockt hat. Ich freue mich bereits auf die nächste. Ja, natürlich, es waren die Züge sehr, sehr voll in den Regios, das stimmt schon. Aber ich finde, wenn man langfristig den Nahverkehr irgendwie ausbaut und mehr Züge dranbaut und so weiter, vielleicht auch mehr Doppelstock-Züge einsetzt, dann kann... Dreifachstock. Dreifachstock, Fünffachstock ist mir egal, wie der aufgestockt wird, aber das wäre schon... Dürfenstock. Und die FDP war bis jetzt ein bisschen dagegen, aber ich habe gerade noch gelesen, bevor wir angefangen haben, dass Christian Lindner wohl doch sagt, er kann sich ein Folgeticket doch vorstellen. Aber natürlich gibt es innerhalb der Parteien verschiedene Vorschläge. Also die Linkspartei hat für mich den besten Vorschlag, es soll nämlich zwei Tickets geben. Einmal so ein Regio-Ticket für, ich glaube, 29 Euro und ein Bundesticket für 59 Euro im Monat. Und damit ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Brennpunkt-Internet mit Tinko und Rinko. Da sind wir schon ein bisschen eingestiegen ins Thema, aber ja, willkommen zurück zum Brennpunkt. Wir machen gerade ein paar Pausen, das stimmt zwischendurch, aber es ist ja auch viel los. Wir sind ja auch nur Menschen, wir haben noch Jobs, wir haben noch Bordelle, die wir bedienen müssen. Also wir sind halt einfach nur rund um die Uhr beschäftigt. Aber jetzt geht es weiter. Ich habe gerade mit Herodes schon geschrieben, meine Immobilien in China. Ich habe da so Konzentrationslager und so, die müssen ja auch gewartet werden, weißt du? Tatsächlich habe ich einen entfernt Bekannten, den ich über so Titanic und Parteikreise kenne, der in China wohnt. Leonardo DiCaprio. Ja, genau. Der in China wohnhaft ist, weil er da eine Frau und Familie hat und so weiter. Und der war, als diese Corona-Krise anfing, habe ich den auch schon mal gelegentlich erwähnt, hier im Podcast. Da war er auch sehr regierungskritisch und so und hat halt gesagt, dass der Rest der Welt Corona sehr verharmlost und so weiter. Aber jetzt habe ich einen Beitrag von ihm gelesen, in dem er so ein bisschen diese Uigurngeschichte leugnet. Was mich gewundert hat, der sagt nämlich irgendwie, dass es diese Lage in der Form gar nicht gäbe und dass das wohl alles nicht so schlimm sei, wie man das in den westlichen Medien so propagiert, hat mich gewundert. Aber es gibt doch Satellitenbilder. Satellitenbilder. Also ich habe den Beitrag nicht komplett durchgelesen, weil er recht lang war, aber er hat echt so reingeschrieben, also in den ersten Zeiten, dass man da echt mal irgendwie vom Gas runtergehen soll. Dass es alles nicht so schlimm sei. Timo, das ist ganz schwierige Formulierung im Zusammenhang mit, okay. Das recht, ja. Ich werde es nochmal nachlesen, den Beitrag, weil es mir ganz spontan angefangen ist. Ich werde es nachtragen nächste Woche hoffentlich, weil das fand ich echt komisch von ihm. Also wir kommen gerade vom Hundertsten ins Tausendste und eigentlich ist ja auch der Christian Lindner hier gerade noch auf lauwarm gestellt, dieses Thema. Aber es gab diese Woche einen lang ersehnten Bericht von den United Nations, die bestätigen, dass dort Menschenrechtsverletzungen, also jetzt irgendwie zum 20. Mal wird irgendwie bestätigt, dass dort Menschenrechtsverletzungen begangen wird. Das ist schön, dass wir das jetzt von der UN auch nochmal schwarz auf weiß haben, damit dann weiterhin nichts passieren kann. Das freut uns doch alle sehr. Es macht mir ein bisschen Sorge, was so diese Eskalationsstufen angeht. Natürlich ist es super, dass es anerkannt wird. Nun wurde es ja auch bisher immer so ein bisschen klein geredet, eben aus diplomatischen Gründen. Und da jetzt die ganze Lage so richtig fatal ist, kann ich mir vorstellen, dass das halt immer mehr eskalieren wird. Wenn man jetzt immer mehr auch Sachen aufdeckt, wie halt in China und so weiter, die werden da keinen Bock haben, dann auch einen auf diplomatisch zu machen. Und ja, also es wird spannend. Stell dir doch mal bitte vor, das Dritte Reich hätte nicht so, ich sag mal, Ausweitungsunternehmungen versucht, ja, sondern hätte einfach so mehr sein eigenes Süppchen gekocht. Dann wäre das auch da noch einige Jahre länger weitergegangen hier. Natürlich. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das für alle halt irgendwie wahrscheinlich auch mehr oder weniger klar war. Aber ja, da kann man ja nichts machen. Ja, ist ja ein souveräner Staat, kannst du nicht einfach und so. Also ist halt schwierig. Na klar, du hast ja diesen Zwiespalten. Auf der einen Seite willst du, dass halt die ganze Welt irgendwie eine Demokratie hat und dass es allen Menschen gut geht. Aber... Nee, ich nicht. Kann und soll man sich denn das Recht rausnehmen, in andere Staaten einzugreifen? Also ich muss sagen, aus so einer ganz nihilistischen Perspektive sage ich irgendwie ja. Ich finde, solange es um Menschenrechte geht und wenn es echt für das Gute ist, dann fände ich es moralisch gerechtfertigt, wenn man in andere Länder halt irgendwie interveniert. So, wenn es echt ganz krass ist, aber ich verstehe auch die Gegenseite, die eben sagt, ja, wir haben eben verschiedene Staaten und haben Souveränitäten und da dürfen wir uns eigentlich gar nicht einmischen. Verstehe ich irgendwie auch. Es ist schwierig. Wir machen auch jetzt nicht mehr ganz so politiklastig, Tino. Wir müssen dann gleich erstmal Gamescom und so, weißt du. Da müssen wir ganz... Ich habe auch schon richtig einen neuen Banger-Song. Ich habe auch schon geguckt, dass es den auf Spotify gibt für unsere Playlist. Ach, geil. Ja. Bist du bei Spotify jetzt, ja? Oder planst du es gerade? Nee, das war auf meinem neuen Handy vorinstalliert. Ach so, okay. Ach so, das meinst du, ja, das... Ja, doch, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ins Zwiegespräch treten. Du hattest ja irgendwie so eine Möglichkeit, wie das ganz entspannt geht oder sowas. Ja, Spoiler-Warnung ist nicht ganz so einfach, wie ich dachte, aber da reden wir gerne privat drüber. Okay. Gut, aber Christian Littner, der war irgendwo und dann war es doch irgendwie, ah, vielleicht ist es ja doch möglich und der Grund ist so ein bisschen, dass es heißt, dass der Bund nicht so viel von dem Ticket trägt, sondern die Länder dann den Rest quasi übernehmen. Und das ist dann interessanter. Da stellt sich dann bestimmt so ein Bayern richtig schön quer. Ja, aber ich bin auch völlig fein damit, wenn wir ein schönes Ticket haben für ganz Deutschland ohne Bayern. Ja, von mir aus gerne. Oder wenn wir, weil ich weiß ja, oder wir wissen ja von der linken Regierung in Thüringen, dass die auch sehr aufgeschlossen sind, was solche Tickets angeht. Wenn auch nur Thüringen so ein Ticket hätte, wäre ich jetzt auch nicht böse, wäre ein guter Anfang. Wenn die dann merken, die anderen Länder hier in Thüringen klappt das auch sehr gut und die können das auch finanzieren, dann hoffentlich. Ich finde dieses Argument von wegen, wir haben kein Geld dafür, das ist so ein Schwachsinn, das ist so ein Fehlargument, wir haben halt das Geld dafür. Dann dürfen halt weniger Konzerne retten und dürfen halt weniger in die Bundeswehr stecken und vielmehr halt in Pflege oder Nahverkehr. Also möglich wäre es, rechnerisch. Ja. Weißt du, wofür ich Geld hatte? Für die Gamescom. Richtig, sehr, sehr richtig. Und das nur dank meiner netten Unterstützer auf Twitch und Patreon. Vielen Dank dafür, die Gamescom war. Ja, ich hatte noch überlegt, ein Gamescom-Special irgendwie aufzunehmen, aber das wäre echt hart zwischen Tür und Angel mit Handy aufgenommen gewesen, so mit Herodes dann vor Ort. Aber nee, das hat nicht sollen sein. Dann lieber hier in Ruhe nochmal die Highlights vorgetragen, denn da ist einiges passiert. Ich weiß gar nicht, ob du das alles mitbekommen hast. Es gab eine Schlägerei, es gab einen wütenden Mob. Ja. Ein Wischmob? Nee, den leider nicht. Schade. Also das größte Ding der Messe war eigentlich erst, dass Tanzverbot sich geschlagen hat, naja, wobei sich geschlagen ist halt auch so, ne? Sich geschlagen hat mit Skurros und Orange Morange, irgendwie so, also der eine zumindest ein Casino-Streamer. Die haben sich da wohl so gegenseitig gedisst und Tanzverbot wurde gemobbt und dann ist es eskaliert. Dann ist so ein Getränk irgendwie ausholend geworfen worden, das hat dann so ein Mädel getroffen, dann ist es eskaliert. Und das Geilste ist einfach, wie Herr Newstime da mittendrin steht. Es so leicht überfordert wirkt, aber dann komplett halt mit ins Gerangel reinsteigt, ja? Der stille Reporter an der Seite, sag ich mal, der plötzlich handgreiflich wird. Das war mein Highlight. Ähm, und weiter hinten dann, in der Ecke gedrängt, äh, rastet Tanzverbot nochmal aus und schubbt seine, ich glaube, Freundin, diese Lola, auf den Boden. Und da stand Sarah auch direkt daneben und hat irgendwie gesehen, dass sie mit dem Hinterkopf auf den Boden aufgeknallt ist. Also schon nicht so geil. Wir standen da auch relativ nah beieinander, also bei diesem Event, als das passiert ist. Aber ich hab die Schläge an sich nicht mitbekommen. Ich hab dann gesehen, wie drei Securities zusammen mit Mr. Fucking Trash Pack, ähm, weggelaufen sind. Und ich dachte erst, wird der jetzt von der Messe geschmissen? Hat der vielleicht jemanden verprügelt, ja? Weil so hat es gewirkt. Aber nein, die haben nur den Täter gesucht, weil irgendwie Skurros und Orange, Morange, wie auch immer, die sind wohl halbwegs bekannt. Aber da war wohl irgendwie noch so ein Kampfspottler dabei oder so. Und den haben die da gesucht. Paul Krogan, glaub ich. Ja. Das war auf jeden Fall ein schöner Auftakt für, äh, meinen ersten Gamescom-Tag. War's der erste? Ich weiß es gar nicht. Ich glaub, es war der zweite. War's der erste? Ich bin confused. Auf jeden Fall, einen Tag später ist passiert. Es war der erste. Dass Montana Black über die Messe geschlendert ist. Uh, der war auch da. Das hast du gar nicht mitbekommen, ja? Nö, gar nichts eigentlich. Nur diese Prügelei so am Rande ein bisschen und was ihr halt so in ihren Storys hattet. Aber sonst hab ich nichts mitbekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf die Schnelle das Video finde, aber das ist echt insane. Also, es ist einfach Overkill. Der Typ hat halt im Vorfeld schon geschrieben, jo, es könnte sein, dass es eskaliert. Und dann geht er da durch mit ungelogen 20 Securities in so gelben Westen, die eine Kette Arm in Arm um ihn bilden. Und, und macht da, also, pflügt sich da so durch die Menge, macht eine Schleise durch die Menge mit seinem, mit seinem Gefolge da, mit seiner Entourage. Und, äh, im Schlepptau mindestens 200 bis manchmal vielleicht 300, 400 dämliche kleine Kack-Wenster-Fanboys. Ich fänd's ja spannend, wenn ich so, so in der Position von Montana Black wär, vom Bekanntheitsgrad her, würde ich mich einfach verkleiden ein paar Mal und gucken, ob ich durchkomme damit. So mit Perücke und ne Maske, Schminke, keine Ahnung. Gucken, ob ich da erkannt werde oder halt nicht. Ja, vor allem glaube ich, dass einfach er mit zwei Securities oder so hätte sehr viel weniger Aussehen erregt, als einfach so eine Riesen-Kette. Eine Entourage. Ja, und was hätte es natürlich nicht anders sein können? Es sind Leute zu Schaden gekommen. Denn diese Dampfwalze an, an Assis. Ja, ja. Die ist über einige Stände auch drüber geschwappt und, ähm, Lillimon heißt sie. Lillimon ist hingefallen, wurde weggeschubbt, hat dabei irgendwie Haare verloren, weil die rausgezogen wurden, weil die haben sich irgendwie verheddert oder so in irgendeinem Plastikding. Andere Leute haben auch berichtet, dass sie komplett traumatisiert waren, dass die Venster um Montana Black auf irgendwelche Autos draufgestiegen sind, die da als Props an den Ständen standen. Und es war wirklich Endzeitszenario auf der Gamescom. Also die Augenzeugenberichte. Ist so. Also es sind wohl wirklich viele Leute mit blauen Flecken davon gekommen. Und, äh, das, äh, war hinterher so ein kleines Drama, dass er sagte, das kann gar nicht sein. Und die Lillimon hat halt auch gesagt, ich bin fast gestorben. Weiß ich nicht. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es muss schon sehr traumatisch gewesen sein. Gerade für, für eine Person wie sie, die irgendwie 1,40 ist oder so. Nicht drücken, nicht drücken. Ja. Und, äh, das war großartig. Ich, ich, ich bin leider nicht im Mob untergegangen. Ich war woanders in der Zeit. Also ich weiß nicht, ist das nicht auch fahrlässig, so als riesen, riesen, äh, Online-Star da einfach aufzukreuzen? Ich meine, das ist doch klar. Das haben wir doch schon bei Leon Machère gesehen, wo die, wo die halt sind. Da bricht halt ein riesen Chaos aus. Und macht es nicht viel mehr Sinn, wenn du in so einer Größenordnung einfach dir einen Stand anmeldest oder irgendwie Autogrammstunde gibst? Ja, klar. Oder wie gesagt, einfach, also weniger Security wäre da besser gewesen, weil das nicht so ein Aufsehen erweckt. Ich muss dir da, dass du so ein Video schicken willst. Das ist wirklich richtig absurd. Der, der ist in der Mitte, hat da schon sechs Securities irgendwie so in Anzug. Und dann sind diese Gelbwesten, einfach 20 Leute nochmal um ihn rum. Hat er vielleicht Angst um sich oder so? Weiß ich ja nicht, ob der so, so, ähm, um sein Leben fürchten muss. Ey, das ist ein harter Kerl. Hallo. Ja, aber ein harter Kerl gegen 200, äh, weiche Kerle. Ist schwierig, sag ich mal. Alter, Leute, ich bin so verrotzt, das tut mir leid, ne. Ich werde hier irgendwie versuchen durchzukommen. Wenn du merkst, das ist zu viel, sag Bescheid. Dann mach mal halt mal eine kurze Ausgabe. Ist voll okay. No pressure. Ja, baby. Okay, aber Gamescom wollte ich zumindest hier mit reinspringen lassen. Dann vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Wir haben die Gamescom. Ja, im Zuge dessen gab es nämlich auch noch News. Dead Island 2 hat einen neuen Trailer bekommen nach fast 10 Jahren oder so. Ja, endlich, ey, endlich. Ja, ich hab das, also Dead Island 1 hab ich damals exklusiv und war Lean gespielt. Und ich fand das sehr, sehr geil. Das ist so guilty pleasure. Das ist halt super scheiße, aber es macht super viel Spaß. Wie ist Hex eigentlich? Genau. Das war lange auf Halde. Und jetzt gab es aus dem Nichts wieder einen neuen Trailer. In einem halben Jahr soll es schon erscheinen. Ich bin gehypt. Das ist super blutig. Überhaupt dieses ganze Jahr, das ist mir erst mal so klar geworden. Das ist super geil für mich persönlich, was Videospielankündigungen angeht. Wir haben Dragon's Dogma 2. Wir haben Skate 4. Wir haben Dead Island 2. Und wir haben mehr oder weniger angekündigt GTA 6 in Vice City. Ja, voll. Das ist schon ziemlich nice. Auch mit einer weiblichen Protagonistin, ne? Hab ich gelesen. Ja, hab ich auch endlich mal Bock drauf. Das hat jetzt auch keine PC-Gründe, sondern ich find einfach, Frauen sind Objekte. Und ich spiel die in den Spielen gerne. Männer ja auch. Da kann ich mir den machen, was ich will. Männer ja auch. Das sind auch Objekte. Nee, Männer sind einfach starke, schöne Wesen. Ach so, Subjekte quasi. Genau. Also meine Gaming-News sind, ich hab jetzt bei City Skylines den Workshop für mich entdeckt bei Steam. Da kann man nämlich, City Skylines ist ja so ein Stadtbausimulator. Da kann man auch Sachen runterladen von Leuten, die halt selber sich so Sachen gebaut haben. Ob welche Bahnhöfe und Hotels und so. Da hab ich mir jetzt eine Map runtergeladen von Gotham City quasi. Also diese Umrisse. Und bau grad Gotham City nach. Das ist voll lustig. Und da gibt's sogar so Rain Manor, also Rain Manor, einmal sein Anwesen. Männer. Aber auch Männer, irgendwie sowas genau. Und Rain Enterprise, also dieses Hochhaus, was halt seiner Familie gehört. Was aber als Polizeistation dient. Das heißt, wenn du das baust, ist es halt eine Polizeistation. Und da kommt Batman manchmal rausgeflogen, wenn's gerade Stress gibt. Das ist so lustig. Das ist ziemlich nice. Ja. Das ist grad ein bisschen meins. Das ist nichts Neues. Ich weiß, liebe Leute. Ähm, aber ich bin halt ein Retro-Gamer. Und, äh, wenn ich etwas spiele, dann spiele ich es sehr, sehr intensiv. Und langfristig. Ich bin ja eher so der langfristige Typ, was Gaming angeht. Ja, zum Glück spielst du das auf dem PC, ne? Ja. Inzwischen anfangs nicht. Und nicht auf der Playstation 5. Nee, früher sowieso nicht. Die Playstation 5 kostet nämlich jetzt 50 Euro mehr. Zumindest im europäischen Markt. Inflation. Richtig geil. Inflation, ja. Ist halt wirklich so. Das muss auf den Kunden auch umgelegt werden. Wird ja auch mit Gas betrieben, so aus Russland. Und es ist alles schwierig. Ja. Was? Wir müssen Abschied nehmen, Robin. Ja, wir nehmen Abschied von der Gamescom. Ja. Ich will wenigstens noch ein paar Takte dazu sagen, weil es war wirklich schön, da mit den Leuten, äh, sich mal wieder zu treffen. David mal wieder zu sehen. Den hatte ich auch schon fast ein Jahr nicht mehr gesehen jetzt. Er war da aber auf der TikTok-Bühne. Unangenehm. Äh, wurde aber nicht von TikTok bezahlt, sondern von Capcom, um da, ähm, Streetfighter 6 vorzustellen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und, äh, war schön, ihn mal wieder zu treffen. Und ganz viele andere Leute. Das war auch schön, dann noch zum Karaoke zu gehen. Ich will mich einfach nur bedanken bei den Leuten für die geile Zeit, die mir jetzt, äh, dieses tolle Vergnügen beschert haben, dass ich seit fünf Tagen ununterbrochen am Gamescom-Video rumschneide, ihr Assis. Warum musstet ihr hier mir so guten Content möglich machen? Vor allem Juli, die ganz oft auch mal die Kamera übernommen hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Und am Montag, sprich morgen, könnt ihr das Gamescom-Video dann in eure Augäpfel einpflegen. Wie geil ist das denn? Ja, aber gut, dass du krank geworden bist, oder? Da hast du jetzt Zeit gehabt zu schneiden. Yippie, ja, yay. Das war von Gott gewollt. Aber ich war jetzt in den ersten zwei Tagen auch nicht sehr effektiv im Schneiden, weil ich war so fucking wasted die ganze Zeit und hab dazu noch, das kannte ich gar nicht, dass das geht, durch die Erkältung hab ich Nesselsucht bekommen, also quasi vorübergehend, nicht permanent, dass ich quasi so, wo meine, also abends und morgens ist das am schlimmsten, da wo alleine meine Klamotten reiben, da entstehen dann so Quaddeln, die übelst jucken. Ach, scheiße, ja. Ich steh dann so nachts nackt vorm PC und schneid dieses Video, damit nichts halt juckt. Dann hatte ich meinen, meinen, meinen Arm so aufgelegt auf den Tisch zum Videoschneiden halt, ne, für die Maus und so. Und an der Stelle sind dann auch so Quaddeln entstanden. Es ist so widerlich, wenn der ganze Körper so juckt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Neue Fanfiction incoming. Ja. Pop in nackt vorm PC und Tino platzt einfach rein. Was machst du da? Ich schneide Gamescom-Video. Mach nur weiter, lass dich nicht ablenken von mir. Das Highlight der Gamescom war übrigens der Stand der Ghostbusters. Die hatten quasi keine Funktion da, außer zu zeigen, jo, wir sind der Fanclub der Ghostbusters. Eigentlich hatten die so ein gemeinsames Ding mit Sony, aber die sind dann abgesprungen und die sind trotzdem da geblieben. Also das haben ja viele Große abgesagt. Und die hatten da einfach nur einen Stand, wo halt, ja, Cosplay, bla bla, aber die Hauptattraktion war so eine kleine Maschine, die dich, eigentlich war es keine Maschine, es war Fake, aber die dich Stromschläge spüren lassen kann. Dann musstest du quasi raten, was auf einem Zettel drauf ist und wenn du falsch liegst, wird die Stufe erhöht. Spaß. Und da haben wir uns so hart reingesteigert. Wir haben dann am Ende so eine Zehner-Menschenkette gemacht und haben uns alle gleichzeitig geschockt. Das war großartig. Oh Gott, oh Gott, das wäre gar nicht meins. Ich habe gesehen, dass es auch ein Wrestling-Match gab auf der Gamescom. Ach ja, tatsächlich. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe davon mitbekommen. Von der großen Konkurrenzliga der WWE, nämlich AEW, die bringen jetzt auch ihr erstes Spiel raus und da haben sie wohl dann zwei echte Wrestler von denen da hingeschickt und haben dann ein Match gemacht auf der Gamescom. Deswegen wäre ich gern da gewesen, aber hat sie nicht ergeben. Ich musste ja nach Berlin fahren zu die Ärzte, nach Tempelhof und da hat es keinen Sinn gemacht. Ja, wie war es denn? Es wurde kein Elke gespielt, habe ich gehört. Wir waren ja live dabei, als sie die Ankündigung gemacht haben, die jetzt ganz groß durch die Medien geht. Denn die Ärzte haben jetzt auf der aktuellen Tour so ein bisschen diesen, na nicht Gag, aber diese Aktion, dass sie immer reinrufen. Welchen Song wollt ihr jetzt hören und so und viele halten so Schilder hoch, da hat jemand zu Elke reingerufen und Farin so, nee, nee, Elke spielen wir nicht mehr, es ist misogyn, noch irgendwas, sexistisch, Bodyshaming, letztes Jahrtausend spielen wir halt nicht mehr. Sexistisch haben sie glaube ich nicht gesagt, aber den misogynen Teil kannst du mir sehr gerne mal demnächst erklären. Ich glaube, misogyn und Bodyshaming waren glaube ich die beiden Begriffe, genau. Aber misogynie ist ja im Prinzip, ja, ist egal. Und dann... Ja, nee, was ist es denn? Also, weißt du, wenn das, also... Müsogynie ist doch so eine Art... Eine Frauenhass, oder nicht? Ja, so eine Art, genau. Ja, aber also, ich glaube nicht, dass das Geschlecht von Elke wirklich eine große Rolle spielt in dem Song, deswegen weiß ich halt nicht, warum unbedingt misogyn. Also klar, sie ist eine Frau, aber sie wird ja gedisst, weil sie dick ist und nicht, weil sie eine Frau ist. Ja, aber Farin hat das so begründet, weiß ich nicht, jedenfalls ging das ganz groß durch die Medien und es war spannend dabei gewesen zu sein. Und es war halt auch so, dass die, also die Stimmung war ganz, ganz komisch tatsächlich. Also die Leute, es ging echt kaum ab und ich hatte verschiedene Bekannte, die auch im Publikum waren, an verschiedenen Stellen und alle haben berichtet, dass irgendwie war wenig los und die haben wenig applaudiert und es war so, keiner hat richtig gedanst. Aber was ich dir schon erzählt habe, ist, dass Mio und ich auf dem Weg nach Berlin waren und kurz vor Berlin, so eine halbe Stunde davor, gucken wir uns an und ich sage so, haben wir die Karten eigentlich eingesteckt? Und wir beide so, wir haben die zu Hause liegen lassen, na geil, ne? Da waren wir schon in so Facebook-Foren und WhatsApp-Gruppen von der Ärzte-Fans und haben halt schon reingefragt, ob noch jemand Karten hat. Und es gab noch Millionen Karten, die losgeworden werden sollen. Und zwischen 70 und 10 Euro wurden da Sachen angeboten. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ja auf den Karten hinten so Codes drauf sind, so Strichcodes und der Name auch aufgeschrieben ist. Da ich meine Eltern beauftragte, die abzufotografieren die Karten und uns zu schicken per WhatsApp und in der Hoffnung, dass sie es halt einscannen können, ne? Und es trotzdem gültig ist. Und die haben in der Ärzte-Gruppe schon geschrieben, na, ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Ich glaube, das müssen schon die echten Karten sein. Dann sind wir jedenfalls dann aufs Gelände gelaufen und haben das dann halt gesagt, haben die Karten vergessen, aber haben halt die Strichcodes hier auf dem Handy. Da meinte der Typ so, ja, kein Problem, wenn wir es einscannen können, kein Thema. Handy rausgeholt und es ging nicht einzuscannen, ne? Und lachten so, fuck, was machen wir denn jetzt? Da kamen am Ende so sechs Leute von den Securities, haben alle versucht, diese Tickets einzuscannen und es ging einfach nicht. Da haben sie auch dann noch mit so, dass sie eine Tüte reinhalten, um ein paar Schatten zu erzeugen und so. Dann ging ein Ticket von uns beiden, aber meins ging halt nicht, ne? Und dann haben sie nach zehn Minuten gesagt, komm, wir glauben es euch, dass dein Ticket auch gültig ist. Geht einfach rein, habt viel Spaß. Sweet. Dann konnten wir Tempelhof genießen. Das war ein richtig geiles Konzert, richtig coole Songauswahl. Und sie haben sogar RNAP gespielt. Das habe ich noch nie live gehört. Das ist ein Banger-Song. Ja. Ich glaube aber, in Köln haben sie das auch schon gespielt, glaube ich. Und Kamel-Rallye haben sie wieder gespielt. Also einen Sani-Song, aber genug von den Ärzten. Ich glaube, das ist für die Menschen da draußen nicht immer so spannend. Das ist egal, ist unser Podcast. Aber wir müssen uns verabschieden, Robin, von drei wichtigen Dingen im Leben. Da haben sie einiges gestorben diese Woche, ne? Ja. Nummer eins ist Gorbatschow. Ja. Das ist der alte Mann, der an der Wiedervereinigung von Deutschland mitbeteiligt war. Der hat so eine Halbklatze gehabt, hat sogar bei Madame Tussaud so eine Figur und hat halt auf dem Kopf so komische Flecken. Dafür ist er bekannt. Genau dafür ist er bekannt. Das ist seine größte Errungenschaft. Nur für die Flecken quasi. Dann ist noch Ströbele gestorben. Hans-Christian Ströbele von der Grünen Partei. Ähm, und wir müssen uns verabschieden von Fettes Brot. Das ist für mich die größte Schande. Findest du wirklich? Fettes Brot, ich hab die mal live gesehen, ich fand sie furchtbar. Aber ihre Songs, die sie geschrieben haben, so an Tagen wie diesen zum Beispiel, was dann die Toten Hosen vor uns haben. An Tagen wie die... Ne, ist ein anderer Song, aber ich weiß nicht, Fettes Brot haben ein richtig geiles Repertoire an guten Songs gemacht und schade für die auf jeden Fall. Ich hätte gerne noch mehr Songs gehört. Ist, äh, Jein auch von denen gewesen oder war das fantastisch? Ja. Ja, das ist auch von denen. Okay, also ich muss sagen, Fettes Brot assoziiere ich zu 90% mit Emanuela und ich hasse diesen Song. Echt? Das ist super. Der ist rauf und runter im Radio gelaufen, wirklich wochen, monatelang. Ne, Alter. Ich, also ich mag solche Songs nicht, die einen solchen Rhythmus so pflegen. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Stilmittel, das ist im Hip-Hop, das gibt's auch im Rock teilweise. Ich mag das. Es gibt auch von No Doubt oder so gab's auch so eins. Das hasse ich genauso. Äh, Hollaback Girl. Ja. Oh, ganz schlimm. Das ist aber nicht No Doubt, das ist nur ein Solo-Projekt hier. Ja, das stimmt, Gwen Stefani. Ja, true. Genau, und hast du gewusst, dass das Emanuela eigentlich einen ganz anderen Text hatte? Ne. Das ging nämlich eigentlich mit dem Fahrrad noch weh. Ne zu weh. Ach, war das doch ganz dunkel, vielleicht hast du das irgendwann mal schon gesagt. Das kann sein, genau. Hätte ich witziger gefunden fast, aber ich finde Emanuela ist ein riesen Banger. Dann auch Nordisch by Nature, an Tagen wie diesen, ähm, Du triftest nach rechts und so, das sind alles so Songs. Das ist ja auch eine Band, die sehr links ist, also sehr stark gegen rechts ist. Und ich hab sie live gesehen auf einem Falco-Konzert tatsächlich, als die alte Band von ihm nochmal in Wien gespielt hat, vor 100.000 Leuten. Da haben sie halt, ähm, so andere Künstler in geholt, um halt die Songs zu singen. Da hat er ein fettes Brot wie einer Calling gesungen. Richtig furchtbar, aber cool, dass sie da waren. Ja, also... Du masturbierst so immer beim Podcast aufnehmen. Natürlich. Ja, ich hoffe doch. Also, ich vermisse die nicht. Ich sag's, wie's ist. Ja, ist deine Meinung. Mein Leben ändert sich dadurch nicht. Ja, ich fand's jedenfalls schade. Und auch Ströbele war so eine Person, äh, weiß nicht, die ich mal richtig spannend fand. Der hat auch gute Musik gemacht. Auch der hat gute Musik gemacht. Und Gorbatschow eh, die ersten, die ersten drei Platten waren großartig. Ja. Und sein Wort gar nicht zu vergessen. Ja, Wodkai Gorbatschow. Und Gorbatschow hat gesungen, Einigkeit und Recht und Freiheit. Genau. Rest in Peace, altes Haus. Ja, auf jeden Fall. Äh, Putin verbietet ihm übrigens eine, eine Staatsbeerdigung. Okay, weißt du warum? Ja, weil Putin so ein bisschen konträre Werte vertritt, wahrscheinlich. Oder der arme Ströbele. Ach so, ja, dem auch. Äh... Ja, toll, Putin darf leben. Es ist noch jemand gestorben, Tino, und ich glaube, da hast du die absolute Expertise auf einem CSD, wurde da jemand... Ich weiß nicht, ob es schon als Tötung bezeichnet werden kann, oder eher als Totschlag. Wahrscheinlich gibt's noch kein offizielles, richterliches Urteil, da der Täter noch nicht gefunden ist, soweit ich weiß. Aber, Tino, was ist denn passiert? Ja, ganz, ganz schlimm. Ich kann grad gar nicht sagen, was für ein CSD es war, aber es war auf jeden Fall ein CSD... Ich glaube, München, oder? Münster war es ja, genau, Münster. Münster, nicht München, ja. Genau, auch das Münstner Tatort-Team ermittelt grad noch. Es ist halt... Sorry, sorry. Es ist halt passiert, dass, ähm, es gab wohl Streit zwischen irgendwelchen Leuten, die nicht zur Demo gehören, unter Demo-TeilnehmerInnen, und da ist halt der, der, die Transperson, die auch jetzt benannt ist, Malte, ähm, ist halt dann dazwischengegangen, wurde halt schlichten, und hat halt wohl eins auf die Nase bekommen direkt, und wurde dann verprügelt und so, äh, halb ins Koma geprügelt, dann sind die Täter entkommen, und Malte lag dann auch lange... Moment, also ich will das jetzt nicht irgendwie runterreden oder sonst was, eher hochreden, denn ich habe gelesen, dass es wirklich quasi ein Schlag war, und, äh, dahingehend möchte ich das mal betonen, weil man das vielleicht manchmal unterschätzt, dass ein Schlag, und was jetzt auch bei Tanzverbot passiert ist, weil das ist ja so ein kleines, äh, Tanzverbot 2.0-Event gewesen, dass, dass er halt irgendwie aus Versehen seine Freundin schubbt, und die auf dem Hinterkopf landet, die kann halt einfach tot sein, weißt du, von so einer kleinen Sache, weil der Kopf schon ein bisschen sensibel ist, einmal schief gelandet, und deswegen, ich glaube, man unterschätzt das immer, liebe Leute, ja, bitte, geht nicht in jede Kneipenschlägerei rein, das ist es nicht wert. Ja, ein falscher Schlag und du bist tot. Bitte? Ein falscher Schlag und du bist tot, hat ja auch schon BLAB gesungen, ne, auf, auf Dunkel. Ist so, und bitte, Leute, macht das nicht, damit nicht nochmal solche schlechten Songs gemacht werden. Nein, ich finde die musikalisch ja gut, aber textlich irgendwie, ich weiß nicht, der ist so belanglos gesungen. Äh, egal. Und jedenfalls gab es mindestens einen Schlag, ich hab halt von einem Schlag gelesen und vielleicht mehr, aber es war in dem Artikel, den ich gelesen hab, nicht ganz klar. Und... Das war jetzt, Moment, jetzt wusste ich das nochmal, nicht, dass das, ähm, das Opferschaming jetzt wieder ist, natürlich ist der Schuldige der Assi, der da geschlagen hat, ja. Aber ich sage nur, unterschätzt das nicht, wie gefährlich ein so ein fucking Schlag ins Gesicht sein könnte. Na klar, ja. Wir brauchen euch nämlich noch ganz lange für Podcast-Hörerei und so. Es gab ja auch mal diesen ganz furchtbaren Trend, äh, bei den Jugendliche irgendwie random Leute einfach ins Gesicht geschlagen haben, ne, auf offener Straße, wo es dann auch so Tote gegeben hat. Also es ist echt völlig bescheuert. Ein Schlag ins Gesicht und man kann echt tot sein. Und jedenfalls sind die entkommen, er kam ins Krankenhaus natürlich und es wurde dann auch medial viel natürlich verbreitet und er musste dann gestern gestorben sein im Krankenhaus, Malte, und ich hab auch gelesen, dass heute wohl auch, äh, die Verdächtigen wohl gefasst worden sind. Ach doch jetzt. Was eine gute Nachricht ist, genau. Als Verdächtige, man weiß es nicht ganz genau, aber sie haben von Verdächtigen geschrieben natürlich erstmal. Hm. Und es ist halt so voll krass, weil ich bin ja in dieser ganzen CSD-Bubble mit drin, ne, und wenn ich halt Artikel lese, auch so in den Sozialen Medien und dann immer die Kommentare von Leuten, wozu brauchst du überhaupt noch ein CSD, die sind doch alle schon akzeptiert und haben doch schon alle Rechte. Ja, jetzt haben wir schon wieder einen Todesfall von einer Transperson, die vermutlich, also man kann echt stark davon ausgehen, dass dieser ganze Streit auch darum halt ging, dass es halt diesen CSD gab, dann sieht man doch, dass die Menschen eben nicht akzeptiert sind. Und dass es eben ständig noch Hass, ähm, Verbrechen gibt gegen, gegen queere Menschen. Und solange es sowas gibt, brauchst du halt einfach noch CSDs. Punkt. Ja, kann es auch weiter danach noch geben, aber, ja, ist schon einfach stupid. Also jede Form von Gewalt ist stupid. Es ist einfach nur, einfach nur dumm, Leute. Einfach nur dumm. Ja, das ist so der, der Down-Down der Woche natürlich, ne? Ja, also es gab noch andere Events, die wirklich, äh, gute Downer waren. Stimmt, eins war fast noch schlimmer und zwar, Bill Cowlitz' Onlyfans ist gefloppt. Ja, zum Beispiel. Ganz, ganz schlimm. Er hat das wohl irgendwie veranlasst, weil ihre Tour ausgefallen war und er wollte seinen, seinen, seinen Fans was Tolles bieten und sagte, ich ziehe mich einfach mal aus. Ähm, und hat Onlyfans angekündigt und es kam wohl jetzt auch raus und kaufen jetzt nicht so viele Menschen offensichtlich. Hm. Ja, Bill Cowlitz sieht halt nicht mehr aus wie eine 15-jährige Frau, äh, Mädchen. Das scheint das Problem zu sein, ja. Ja. Also, dachtest du nicht damals auch, dass, äh, Bill Cowlitz süßes Mädchen ist oder so? Hattest du? Ja, ich war ja auch noch mega jung. Ich meine, da war ich auf jeden Fall auch noch ein Teenager und da hab ich halt zum ersten Mal Tokio Hotel im Fernsehen gesehen und dachte halt auch, okay, das sind halt zwei Mädels so und zwei Jungs. Kann man sich ja mal irren. Keine Ahnung. Würde ich heute anders, oh, ich hab, sorry, würde ich heute auch anders, anders lesen. Wahrscheinlich wäre da ein bisschen mehr aware, dass man das nicht auf den ersten Blick sehen kann. Damals dachte ich halt, ja klar, zwei Mädchen so. Da war ich völlig überrascht, als ich dann die Bravo gelesen habe und da war halt so Bill und Tom von Tokio Hotel. Ich dachte so, oh, krass. Also ich behaupte, dass, dass, dass ein Teil mit des Erfolgs war, dass manche damals oder wahrscheinlich viele manchmal dachten, oh, das ist ja, ne, ne, ne süßes, eh Nemo Girl oder so. Aber ist auch dein Gefühl, dass es inzwischen wieder richtig cool ist, Tokio Hotel Fan zu sein? Absolut. Also, wow. Es ist einfach nichts cooler, als Tokio Hotel Fan zu sein. Na, aber ohne Spaß. Ich meine, die wollten ja so weggehatet. Es war immer sehr polarisierend. Die hatten sehr viele Fans, auch sehr viele Hater. Aber inzwischen hat diese Hater-Kultur völlig abgenommen. Ich würde sagen, inzwischen kümmert sich keiner mehr um die Band. Ja, doch. Ich meine, die haben jetzt auch irgendwie mit Kraftklub ein Feature gemacht, zum Beispiel. Die scheinen echt in so einer Szene angekommen zu sein, wo es voll okay ist, Tokio Hotel cool zu finden. Das ist mein Gefühl zumindest. Na gut. Menschen, die es früher vielleicht uncool fanden, sagen inzwischen auch. Auch auf dem Ärzte-Konzert in Berlin habe ich einen Mann gesehen, der ein Tokio Hotel Merch getragen hat. Das fand ich ja richtig cool. Muss er ironisch gemacht haben. Wer weiß. Ich habe aber auch die Flippers getragen auf meinem Ärzte-Konzert. Ist halt cool, ne? Wir haben dieses Elke-Ding jetzt gar nicht groß angesprochen. Es ist wirklich krass durch die Medien gepeitscht worden diese Woche, ne? Ja, aber es ist auch nichts Neues. Also, sie spielen Elke schon seit Jahren nicht mehr. Ist richtig. Also, man muss vielleicht auch dazu sagen, das wird ja jetzt wieder aufgehypt, aber keiner verbietet den Song. Ich werde den wahrscheinlich auch noch weiter geil finden, weil es einfach ein Banger-Song ist. Ich habe da auch so Kommentare gelesen. Jetzt sind die wohl auch auf einmal von der Woken-Bubble irgendwie erpresst worden und so weiter. Glaube ich nicht. Also, oder sie machen das nur, um jetzt mehr Platten zu verkaufen. Also, erstens sind die alle Multimillionäre. Die brauchen kein Geld mehr. Und zweitens würde ich eher vermuten, dass sie einfach weiterentwickelt haben. Und natürlich haben sie halt in ihrer Jugendzeit oder noch vor Jahren stumpfsinnige Songs geschrieben, die sie einfach jetzt nicht mehr schreiben würden. Das ist doch bei jedem so. Ja, also, die werden garantiert 20 Lieder oder so schon nicht mehr spielen, aber die sind halt alle nicht so Fan-Favorites, dass das halt nicht so auffällt. Also, ich glaube, irgendwie Kopfhaut spielen die auch nicht live. Kommt halt das Wort Indianer vor. Äh, keine Ahnung, ist jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich. Ich fand bei Elke tatsächlich immer das Ding, dass es halt eine richtige Person ist, die gedisst wird, schlimmer, als dass es per se um Fett geht, sag ich mal. Aber... Ja, da ging es ja um eine konkrete Person. Genau, dieser Fan, der sie halt irgendwie genervt hat und gestalkt hat. Da haben sie ja auch dann vorgewarnt, wenn du uns noch einmal anrufst, dann schreiben wir einen Song über dich, weil sie ja auch wussten, wie sie aussieht. Und dann haben sie halt diesen Song geschrieben, den sie ja erst gefeiert hat, Elke. Und dann wohl bei einem Konzert dann ganz vorne stand und Farin muss das wohl so aggressiv gesungen haben, dass sie laut Legende weinend rausgerannt ist aus dem Konzert. Da haben sie sie nie wieder gesehen. Die hat geweint, weil der Song so ein musikalisches Brett ist, Alter. Der ist so geil. Also, ich würde den vielleicht in meine Top 10 Ärzte-Songs reinnehmen. Ich mag den Song prinzipiell auch auf einer gewissen Ebene, ja. Der geht so straff nach vorne, Alter. Also, Captain Metal geht ja in eine eigene, in eine gleiche Richtung, aber kann das nicht ansatzweise wiedergeben. Was ist Captain Metal in eine ähnliche Richtung? Ja, auf jeden Fall. Musikalisch oder von mir halt? Ja, ja, klar. Ach so. Also, der Text ist ja relativ egal, so. Also, der ist nicht egal, der Text ist schon auch geil. Also, klar ist es gemein und so, aber da sind halt ein paar Witze, sag ich mal, drin. Die sind schon, also ich konnte sie nicht begraben, auf dem Friedhof war kein Platz und so. Das ist halt humoristisch schon wertvoll, auch wenn es natürlich gemein ist. Das war ja auch eine Kritik an die zu kleinen Friedhöfe, ne? Natürlich. Das darf man nicht vergessen. Ja. Okay, wir reden schon wieder über die Ärzte. Du hast gerade schon Kopfhaut erwähnt, also es gab ja auch diesen Fall um Winnetou. Hast du dich damit ein bisschen befasst? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Es ist ja, es ist jetzt September und nicht Karl May. Stimmt, hast recht. Von daher. Naja. Do you remember 21st of September? Bald ist es wieder soweit. September? Was denn? Na, der 21. September. Egal. Der 11. Der 11., ja. Der 21., Tino. Was ist denn da nochmal? So heißt es in dem Lied. Ach so. Do you remember? Ja. Das ist der inoffizielle nationale Feiertag für mich. Okay. War mir nicht bewusst. Dann gab es eine Streamerin, die gebumst hat on Stream, wobei das gar nicht wie Bumsen aussieht. Hast du gesehen, ja. Ich hab das gesehen, also es ist, es ist ein Clip auf Twitter geteilt worden, der hat mittlerweile 12 Millionen Aufrufe, wie sie so leichte Bumsbewegungen in die Kamera macht, als würde sie jemand von hinten nehmen und man sieht halt auch, dass hinter ihr jemand ist, aber die Person ist halt angezogen. Also das ist auf ganz vielen Ebenen komisch. Die ist mittlerweile auch komplett gebannt, aber es wirkt halt, als würde sie einen PR-Move machen, so von wegen, haha, ich werde grad gebumst, aber wird sie halt nicht wirklich. Voll smart, auf Twitch das zu inszenieren, als wenn es inszeniert war. Ja, also ich weiß nicht, es war ganz, ganz komisch. Alle so, ja, man sieht ja voll, dass da im Hintergrund gebumst wird, aber es wird halt nicht gebumst. Na doch, kann schon sein, also man kann ja auch Klamotten anhaben und kann ja Sex haben, aber war sie auch nackt? Also war sie nackt und der Typ nicht oder beide angezogen? Nee, also ich glaub, sie hat halt auch noch was an. Analysier das mal. Ja, wahrscheinlich müsste ich das Video runterladen und die Helligkeit hochstellen, weil man sieht's ja nur in der Reflexion im Fenster. Schick mal Link. Schick ich dir Link. Kannst du mal professionell bewerten. So. Sehr gerne, ich als Sex-Experte. Okay, gut. Das war das. Ah ja, vielen Dank. Super. Also es gibt irgendwie so ein paar Winterregeln, die im Raum stehen. Verbot beheizter Pools. Mieter dürfen die Heizung runtertreten. Kühlere Flure. 19 Grad in öffentlichen Büros. Unternehmen dürfen weniger heizen. Hände kalt waschen. Verbot beleuchteter Werbung zwischen 22 und 16 Uhr. Stimmt, hab ich auch gelesen. Aber wird ja auch immer Zeit, dass gerade diese komischen Werbetafeln und so, die können schon lange aus sein. Ja, genau das hab ich nämlich. Ich hab das in die Oase geschickt und hab auch dazu geschrieben, ich lese davon nichts, bei dem ich nicht sagen würde, ja, von mir aus kann das dauerhaft so sein. Weil warum muss unbedingt in so einem öffentlichen Raum, wie jetzt irgendwie, wenn ich in die Stadtverwaltung gehe oder so, muss jetzt der Flur nicht unbedingt beheizt sein, finde ich. Ja, also für die Leute, die da arbeiten, ist es schon blöd, ne, wenn die frieren müssen. Die arbeiten doch aber nicht im Flur. Nee, aber trotzdem, wenn du da irgendwie von Raum zu Raum laufen musst. Oh. Ja, schon, natürlich. Och, och, komm schon. Tut mir leid, Antarktis, wir können dein Eis nicht retten, weil ich muss, ich muss eine Minute von Büro zu Büro durch 19 Grad kalten Flur gehen. Manchmal laufen die auch zweimal am Tag hin und her, weißt du, das ist ja auch dann blöd. 19 Grad war wahrscheinlich Bullshit, wahrscheinlich sind die Flure dann kälter im tiefsten Winter, 19 Grad in öffentlichen Büros war es. Aber trotzdem, dann zieht man sich halt was an. Im Sommer heißt es, och, das ist so heiß und dann ist es im Winter kalt und dann, och, das ist so kalt. Ich bin wenigstens nur, och, das ist so kalt, ich freue mich über Hitze. Ja, geht mir auch so, ich bin auch eher so der, in der Frierfraktion. Ja. Das wird noch spannend mit den ganzen Gasproblemen, ne, und dass es immer teurer wird und so weiter. Also das ist, wird echt alle treffen, glaube ich, in Deutschland, die jetzt nicht gerade irgendwie Friedrich Merz sind. Hätten wir dieses Problem mal 80 Jahre früher gehabt. Ja, das stimmt. Dann wäre viel erspart geblieben. Oh, das ist voll der krasse Gedanke. Also ob man darüber reden darf, weiß ich gar nicht. Aber teures Gas zur Nazi-Zeit, uiuiui. Naja, hätte da bestimmt Russland auch einfach mal die Pipeline dicht machen können. Ja, echt mal. So, so einfache Lösung, Leute. Fragt doch uns. Das kommt 80 Jahre zu spät. Naja, aber was du auch schon gesagt hast, Verbot beleuchteter Werbung. Wer braucht das denn? Klar, ich feier das auch, wie das beim, wie heißt der Scheiß, in New York bei dem großen Platz. Kommt grad nicht drauf, der mit B. Washington Square Garden. Nee, das heißt Madison Square Garden, Alter. Ja, ich weiß. Aber, hä, der Boulevard, wie heißt denn der? Auf Broken Dreams. Ach, come on, Alter. Oder wie das in Tokio aussieht, ja, mit der ganzen beleuchteten Werbung. Das ist ganz toll. Aber brauchen tun wir das ja nun wirklich nicht. Werbung ist ja trotzdem auch einfach Cancer. Ja. Wenn alle Städte von Werbung befreit wären oder zumindest von Leuchtewerbung, ich glaube, keiner hätte da wirklich einen Schaden von. Nicht mal die Produkte, die da beworben werden. Ja, unglaublich. Ich habe auch gelesen, dass in Japan gibt es jetzt eine Werbekampagne, dass die Jugendlichen mehr Alkohol trinken sollen. Ja, bitte. Hast du das mitbekommen? Offenbar trinken die zu wenig Alkohol. Menschen zwischen 20 und 39. Die sollen mehr saufen, damit die dann mehr bumsen, damit die Bevölkerungspyramide mal wieder eine Pyramide wird. Das kann sein. Hast du die Bevölkerungspyramide von Südkorea gesehen? Nee. Wie ist die? So ein Bevölkerungsbalken. Oh. Also ausgeglichen. Nee. Es ist einfach straight ein Balken. Also ausgeglichen, oder? Nee, nee. Nicht ausgeglichen. Also ja, also gut ausgeglichen im Sinne von jedes Alter hat ungefähr gleich viel Anteil an Bevölkerung. Und woran liegt das? Na, zu wenig Bumsen. Ach so. Ich dachte, dass wir irgendwie zu wenig Zeit haben. Also ja, dahingehend gibt es irgendwie in Afrika zum Beispiel Länder, ich glaube, ich sage jetzt mal das Wort Niger. Also wirklich. Da ist die Bevölkerungspyramide so breit, dass die Hälfte der Bevölkerung 20 oder jünger ist. Das ist krass. Ja, die sterben ja dann später auch an Aids, ne? Tatsächlich. In Afrika hat da ja nochmal andere Probleme als in Europa oder in Japan. Ja, aber trotzdem unter 20 ist schon, also wenn du so eine junge Bevölkerung bist, dann hast du es schon insane. Das ist wie, als würdest du irgendwie auf den Unicampus gehen. Nur so ist es überall. Das Rettensystem ist es super, aber für alles andere ist es blöd. Naja, gut. Der demografische Wandel. Haben wir auch schon in der Schule damals immer eingeprügelt bekommen. Ja. Genug von Afrika. Kommen wir mal zu einem ähnlich fortschrittlichen Land. Die Vereinigten Staaten. Ich habe Afrika gerade als Land bezeichnet. Von Amerika. Und zwar gibt es da ein paar witzige Sachen auch zu berichten. Texas hat nämlich ein neues Gesetz veröffentlicht, was jede Schule dazu zwingt, Poster zu veröffentlichen, auf denen steht, in God we trust. Ja. Also wenn sie sowas gespendet bekommen, dann müssen sie das auch aufhängen. Und da gab es jetzt so ein bisschen Aktivisten, die das so geil getrollt haben. Die haben nämlich jetzt einfach so eine Amerika-Fahne dahin gehangen. Blauer Hintergrund. Und dann haben sie in Arabisch in God we trust draufgeschrieben. Witzig, witzig. Jetzt müssen diese Schulen das aufhängen. Das fand ich richtig geil. Auch witzig ist, dass irgendwo in vielen Staaten wieder die Prügelstrafe eingeführt wird. Das ist auch super witzig. Also Prügel ist immer witzig. Haben wir diese Woche ja mehrfach gesehen. Ja. Immer für einen Gag zu haben. Ja. Alter, wie rückschrittlich ist das denn? Ohne Spaß. Ich weiß nicht. Das ist auch wieder so ein Staat natürlich, die von den Republikanern regiert werden. Ah, wo soll das doch hinführen, Robin? Was wird passieren? Ja. Ich schicke dir jetzt auf Telegram außerdem mal ein Bild, liebst du, Tino, vom Dark Brandon. Da müssen wir echt mal das Fass gerade aufmachen. Dark Brandon ist das neue Meme, was eigentlich von den Alt-Right kam, aber jetzt weaponized. Wie würde man das in Deutschen sagen? Als Waffe verwendet jetzt. Genau, von der eher linken Fraktion als Waffe verwendet. Und zwar gab es ja dieses Meme, go, warte, let's go Brandon zu schreien. Denn ursprünglich irgendwie vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr mittlerweile hat so ein Mob an Trump-Supportern Fuck Joe Biden geschrieben bei so einem Event. Und ein Reporter hat das falsch verstanden und ein Reporter hat gesagt, sie schreien, let's go Brandon, weil da halt gerade irgendwie so ein Football-Spieler am Start war, der Brandon hieß. Ja. Let's go Brandon. So, und dann war das jetzt halt ganz lange ein Meme, haha, let's go Brandon, sagen wir, wenn wir eigentlich Fuck Joe Biden meinen, weil wir sind die krassen Leute, wir müssen durch die Blume reden. Und jetzt wurde das aber umgedreht und so ein bisschen Dark Brandon ist quasi jetzt das Meme von Joe Biden, der die Handschuhe ausgezogen hat und jetzt austeilt und jetzt quasi harte Worte findet. Also es gibt gerade echt einen kleinen Hype um den US-Präsidenten, dass er ja vielleicht doch gar nicht so scheiße ist, weil der jetzt auch das ein oder andere gute neue Gesetz gebracht hat. Und jetzt gibt's ein Foto von einer Rede von vor drei Tagen. Das ist sehr, sehr, ich weiß nicht, auf der einen Seite mimisch, auf der anderen Seite unglücklich gewählt, auf der dritten Seite ist aber auch das aus der Perspektive halt so. Und mit der Belichtung wirkt es echt wie, als würde er eine Rede vom Reichstag von vor 80 Jahren. Ja, das stimmt. Auch diese Farbe, so rot im Hintergrund, alles so dunkel. Ja, und dann noch so diese beiden Militärs da hinten. Und er erballt so die Fäuste, ne, und macht so, waah. Ja. Wie so ein Kampfschrei. Richtig. Lass uns jetzt Russland zerbomben. Aber das Foto stellt es halt extremer wahr, als es ist, so. Ja, natürlich kann man Fotos immer so auswählen, dass sie halt eine gewisse Wirkung erzielen, ist ja nichts Neues. Also ich finde, ich muss sagen, es ist schon ein bisschen Badass. Aber ich habe auch keine Angst, dass er Literary Hitler ist, so wie die Rechten gerade. Oh, guckt mal, äh, unser Land ist verloren. Der sieht aus wie der Führer. Und dabei, weißt du, also die Leute, die Trump freiwillig wählen, egal. Ich finde, dass es auch Trump teilweise echt viel aggressiver aussah und immer ein bisschen noch perfider geguckt hat und so. Und dem habe ich viel weniger getraut, als ich, dass ich Joe Biden traue. Also, dieses Dark-Brandon-Bild werde ich auf jeden Fall irgendwie in das Thumbnail einbauen, weil zufälligerweise hat es genau unsere Farben. Ist das nicht schön? Oh, ja, voll gerne. Sieht super aus, bestimmt. Gut, dann war das das. Ich muss mich kurz mal räuspern und schnäuzern. Tu das. Ich habe eine kleine Meldung, die in meiner Aids-Hilfe und Queer-Bubble sehr diskutiert wurde. Und zwar hat sich ein Mann parallel mit Corona, Affenpocken und HIV infiziert am selben Abend. Ein Hattrick. Was war das für eine geile Orgie? Das war wohl echt eine Sex-Orgie. Und, äh, ja, richtig blöd gelaufen. Also, natürlich ging da irgendwie Corona rum, was ja relativ wahrscheinlich ist bei so einer großen Menschengruppe. Hat die Affenpocken halt HIV geholt und jetzt ist es halt blöd. In, in ihn hinein ist jemand richtig blöd gelaufen, würde ich sagen. Tatsächlich, ja. Ja. Das war ein Italiener im Urlaub. Der hatte, ähm, Sex mit vielen Männern ohne Kondom. Und dann ist natürlich klar, dass du ja full of risky gehst und er hat halt den Jackpot gezogen, ne? Mhm. Ja, geil. Vielleicht kann man jetzt irgendwie sein Blut extrahieren und daraus irgendwie eine Biowaffe machen oder so. Er ist einfach auch geimpft gewesen, war dann deswegen relativ, äh, nachlässig. Aber wir wissen ja alle, dass eine Impfung nicht davor schützt, dass man sich infiziert, sondern dass halt im besten Fall der Verlauf, äh, weniger schlimm wird. Oh, Alter. Sorry, ich hab eine Sache über, übersehen. Die muss ich grad noch erwähnen, bevor wir weitermachen. Dieses Joe-Biden-Ding. Ich hab da ja, ich bin ja auch immer mal wieder in den konservativen Foren unterwegs und lese mir da Meinungen zu, um quasi mal wahrzunehmen, was sagt die Gegenseite so ein bisschen. Ja. Und es ist so absurd, wie die komplett andere Wahrnehmungen diese beiden Lager haben können, ja? Und hier sagt zum Beispiel einer, January, also der 6. Januar, das Sturm vom Kapitol, ist Bidens Reichstag. Also im Prinzip von Reichstagsfeuer. Ja, ja. Das ist so, auf so vielen Ebenen Bullshit, der war ja damals auch noch gar nicht an der Macht, als, als es da gestürmt wurde und so, weißt du? Also wie hätte er das machen sollen? Das ist alles so absurd. Na klar, das ist doch wie mit, mit Hitler und, und Merkel, dass, dass die wohl auch verwandt wären. Irgendwie wäre, ähm, Merkel die Tochter von Hitler. Ja, selbst wenn's so wäre. Das geht rechnerisch gar nicht auf. Nee, ich meine, von Storch ist ja auch die, die Enkelin von Hitlers Ex-Finanzminister. Ja, das ist doch egal, da kannst du ja nix dafür. Aber Merkel ist Hitlers Tochter, oh, die ist böse. Ja gut, sorry, ich musste das nur kurz noch nachtragen. Das ist doch voll okay. Ja, also, äh, Moment, was hattest du gerade noch? Scheiße. Ach, das Super-Aids. Wir hatten den, 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 den glücklichen Mann, genau, mit Corona, Affenpocken, HIV, dumm gelaufen. Zum Glück ist wenigstens Corona und Affenpocken heilbar. HIV wird er wohl jetzt ein Leben lang haben. Ja, aber das ist HIV nicht von diesen drei, na gut, nicht ganz, aber damit kann man doch mittlerweile recht gut. Yes, sehr gut sogar. Ich glaube, besser als mit Affenpocken zumindest. Ja, Affenpocken ist ja so ein Ding, das kann ja auch wieder von selbst aus heilen. Das kann auch tödlich sein, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Und deswegen würde ich schon sagen, das gleicht sich alles ein bisschen aus. Also Corona ist ja, je nach Variante. Hm. Okay. Dann, Assassin's Creed Mirage. Ich glaube, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ist da auch schon ein Trailer oder sowas rausgekommen. Ich glaube, am 3.9. sollte das passieren, sprich heute. Geht Back to the Roots. Ist Assassin's Creed was für dich Interessantes oder eher nicht? Äh, nicht so, nee. Aber erzähl gerne, erzähl gerne. Ja, es gibt noch nicht viel zu erzählen. Das heißt halt, Assassin's Creed Mirage hat so ein Mockup-Bild bekommen und das sieht sehr nach dem ersten Teil aus. Ich fand den ersten Teil ja damals wirklich, ich sag mal, geil. Aber aus heutiger Sicht ist der so fucking eintönig. Und, äh, ich hab auch länger jetzt keinen Bezug mehr zu der Reihe, weil, also nach drei Spielen spätestens ist für mich das Parcours-System halt einfach ausgelebt. So, wenn du einfach nur zwei Tasten drückst, also gedrückt hältst und die Person macht alles von alleine, das ist für mich kein Parcours. Das ist einfach langweilig. Und wenn, wenn das jetzt ein Reboot wird quasi und es eventuell sich darauf konzentriert, irgendwie ein geiles Parcours-System zu haben, wo du, oder zumindest als optionales Ding, dann wär ich wieder voll drin, weil damit steht und fällt für mich diese Reihe. Das ist, es ist natürlich geil anzusehen, wenn du da über die Dächer und so läufst, ne? Aber es ist so unbefriedigend, wie sich das anfühlt für mich. Also, wenn ich das so, mit sowas vergleiche wie, äh, Mirror's Edge, wo du wirklich jeden einzelnen Sprung perfekt timen musst und wenn du es dann hinkriegst, ist das so belohnt, weil du dann in so einen Flow reinkommst und sie dann schneller rennt und so. Ja. Ich hoffe, das wird ein gutes Reboot. Dann wär ich am Start. Ansonsten, fuck off. Ich hab das Spiel nur mal, mal gesehen bei meiner Mitwohnerin damals vor ein paar Jahren. Die war auch ein Riesenfan davon. Ich hab's mal angezockt auch, weil ich's mal probieren wollte. Aber das ist halt echt nicht meine Spielreihe. Weißt du, welchen Teil? Nee, gar nicht mehr. Gab's da Boote? Naja, also, an dem Tag war sie halt mitten in so einer Stadt und musste sich halt durch so eine Menschenmenge durchkämpfen. Ah. Das ist basically jedes Spiel. Ja, eben. Also, ich kann echt nicht sagen, was das für ein Teil war. Das ist auch schon bestimmt jetzt, wir haben 22 jetzt, sechs Jahre her bestimmt. Ah. Ja, gut. Also, ich weiß ja nicht, wer auf diese Spiele rauskommt, ob das so ein jährliches Ding ist oder... Es war ganz lange Zeit ein jährliches Ding und jetzt war, glaube ich, deswegen ist es die Ankündigung relativ groß, zumindest mal zwei Jahre Pause oder so. Mhm. Die hatten schon so ein Reboot gemacht und haben's mehr so rollenspielmäßig gemacht und jetzt weiß ich nicht, ob's wieder Back to the Roots geht. Wir werden sehen. Also, ich werd mir den Trailer, wenn der denn kommt, auf jeden Fall mal reinzerren. Zerro. Was sich viele Leute nicht reinzerren werden, ist wahrscheinlich, ähm, der Ring... Ne, die Ringe der Macht ist auch nichts für dich, oder? Die Serie zu Herr der Ringe. Genau so. Ist das nicht ein Prequel oder ist das ein Sequel? Ich weiß es nicht, ich hab davon echt keine Ahnung, was bei Herr der Ringe abgeht. Ich freu mich viel mehr auf die Game of Thrones-Geschichte hier, House of Dragons. Das würd ich mir eher anschauen, aber... Da ist, glaub ich, schon die erste Folge draußen. Genau, aber ich bin halt nicht bei diesem Portal, was das hat. Krass. Hier steht, es sind fünf Staffeln und das steht jetzt schon fest, oder was? Das ist ja insane. Das ist aber auch selten. Im meisten geben die so einer Serie erstmal die Chance für zwei Staffeln maximal, aber gleich fünf. Ja, es gab halt... Es gab halt Trailer, die schon übelst durchgepeitscht sind und soweit ich weiß, sind halt jetzt erste Folgen veröffentlicht. Wollte eigentlich mal noch gucken, wie die so ankamen. Da scheint echt ein großes Vertrauen zu haben, ne, in die Serie, wenn die so viele Staffeln schon vorbestellen. Episodenliste. Ja, hier, gestern sind wohl die ersten zwei Folgen rausgekommen. Und dann gehe ich eben mal auf Metacritic und schaue mal, was die Presse so sagt und was den Nutzer so sagen. Denn, äh, die Trailer wurden richtig hart abgehatet und da gab es auch so riesen Memes. Haha, die besten Stellen waren XYZ, halt dann irgendwelche Sachen, die da drin nicht vorkommen. Mhm. Als, als Hitler meinen Kampf vorgelesen hat und die Elben geweint haben, da bin ich emotional geworden. Solche Memes stehen dann unter den Trailern. Äh, äh. Rings. Of. Power. Ja, ich war, ich war mal in so einem Hobbit-Film drin, tatsächlich. Oh, User Score 2.0. Und hab mich halt nicht gecatcht. Ich, manche, gibt solchen Sachen gerne mal eine Chance, aber das war halt echt überhaupt nicht meins. Aber ich werde mir vornehmen, mal die Herr der Ringe-Filme zu schauen. Ich guck's mir mal an. Also wirklich, Tino, ganz ehrlich, zwischen, zwischen Hobbit und Herr der Ringe, da liegen Welten. Also du darfst wirklich Herr der Ringe nicht nach den scheiß Hobbit-Filmen bewerten. Ganz, ganz, wirklich. Hatten wir nicht mal einen Hörerwunsch gehabt oder so zum Thema Herr der Ringe? Ja, das war ja immer nicht so ganz klar. Also schau dir die doch mal an. Okay, kann ich machen. Vielleicht findet man ja auch einfach eins, zwei Leute, die Bock haben, die noch mal entweder nachzuholen oder noch mal zu schauen. Dann machen wir einfach mal so einen Filmabend oder so. Hätte ich Bock drauf. Allerdings, wenn wir alle drei gucken, das sind halt auch neun Stunden, ne? Oder nicht am Stück vielleicht. Ja. Aber wenn du einmal anfängst, willst du sie vielleicht am Stück sehen? Hm, ne, glaub ich nicht. Ich kann mich da zügeln. Auch bei Game of Thrones, jetzt bin ich jetzt auch endlich durch. Die Serie ist sehr, sehr spannend, aber mir reichen dann so zwei, drei Folgen maximal am Abend. Du bist komplett durch jetzt, ja? Jetzt bin ich komplett durch, genau. Okay, wie fandst du die letzte Staffel? Ich fand sie gar nicht so schlecht. Ich meine, ich verstehe die Kritikpunkte natürlich, aber erst so, nachdem ich mir die durchgelesen hatte, so, auch was du erzählt hast, konnte ich nachvollziehen. Wäre mir aber nicht arg aufgefallen, wenn jetzt ich's nicht gewusst hätte. Also mich hat sie vollends unterhalten, ich war voll zufrieden und happy und, ja, Ende kann man halt so machen. Okay. Ich will ja auch nicht spoilern, vielleicht kann man ja mal einen extra Hörerwunsch machen, wenn das jemand will zu Game of Thrones. Wenn uns jemand Geld gibt, dann machen wir das. Ja, ich will ja niemanden spoilern, ich würde das halt nicht in einer normalen Episode reinhauen, sondern eher so in einem geschützten Rahmen. Geschützter Rahmen wäre natürlich noch richtig geil, wenn wir den einfach um unsere Natur machen würden. Nein, machen wir nicht. Stattdessen gibt es Unwetter, Fluten, auf der anderen Seite wiederum Dürre. Was ist da los, Tino? Die letzte Nachricht, um hier so mit einem richtigen, upliftingen Shit rauszugehen aus dem Podcast. Was geht ab? Pakistan absolut überflutet. 550 Millionen Leute ohne Haus auf der Flucht. Tausende gestorben, gleichzeitig in China die schlimmste Hitzewelle seit, ja, wahrscheinlich seit China angefangen hat, Hitze zu messen. Also wirklich großflächiger Blackout-Flüsse. Es gibt Bilder, wenn man China-Hitzewelle googelt, ja, einmal auf die Bilder. Es gibt da etliche Bilder von Flüssen, die einfach, also riesige Flüsse durch Großstädte, die einfach fast kein Wasser mehr haben. Was ist da los? Der Klimawandel, die Klimakrise ist da und wir machen weiter nichts. Ja, wenig halt, ne? Also diese ganzen kleinen Aktionen irgendwie mit Plastik verbieten und manche fahren E-Auto, manche nicht. Das sind halt Tropfen auf heiße Steine und die Wirtschaft und die großen Konzerne werden nicht angefasst. Ja, bald tropft es nicht mehr. Bald tropft es gar nicht mehr, ne. Ja, aber also China ist ein großer Player, wenn die jetzt eventuell krass umdenken durch diese krasse Hitzewelle, die auch wirklich ihre Ökonomie komplett gefährdet, zumindest in den betroffenen Teilen. Wenn die jetzt da umdenken, dann sehe ich da auch noch eine große Strahlwirkung, aber wenn das nicht passiert, ja, dann also, du musst ja wirklich die Bilder ansehen. Und wenn diese Bilder nicht dafür sorgen, dass jetzt so ein Herr Winnie-Pooh daherkommt und sagt, okay, jetzt machen wir radikal, also gut, radikal macht er eh schon teilweise, aber radikale Änderungen in Klimafreundlichkeit, ja, dann schwierig. Schwierig, Leute. Das Schlimme ist ja auch, es gibt ja diese zwei Stufen. Einmal ist das Anerkennen des Klimawandels überhaupt, dass es den überhaupt gibt. Das Zweite ist ja auch, dass er Menschen gemacht ist. Ich meine, es gibt ja viele Menschen auch so, inzwischen die AfD, viele Teile, die auch sagen, wir haben Klimawandel, keine Frage, aber unser Beitrag wäre halt sehr, sehr gering, deswegen muss man da nichts ändern. Naja. Das ist so dieses Pö-Pö-Ding, vielleicht raffen sie auch mal in 20 Jahren, dass es anders ist, aber aktuell. Vielleicht sollte man für solche Leute das Narrativ ändern, weil die können ja ab einem bestimmten Punkt nicht leugnen, dass es immer mehr Unwetter und, ne, krasse Wetterereignisse gibt. Und wenn man einfach sagt, okay, scheißegal, ob er menschengemacht ist oder nicht, wir müssen jetzt alles tun, um etwas dagegen zu machen und weniger CO2-Ausstoßen, das hilft halt, zum Beispiel, ja. Da gibt es auch diesen ganz bekannten Ausspruch, ich glaube, von Marc-Uwe Kling ist der, natürlich kann es sein, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist und wir Maßnahmen umsonst betreiben. Und wenn wir dann in 100 Jahren, äh, klares Wasser haben, reine Luft haben und dann merken, es war um, äh, es lag gar nicht an uns, werden wir uns ganz schön ärgern. So sinngemäß, ich hab ihn grad nicht im Kopf. Ja. Den hat sie auf jeden Fall vor einem Jahr oder so hier auch schon mal gesagt und das ist auch ein schönes Schlusswort. Und ich mach's gern jedes Jahr wieder. Ja. Ein schönes Schlusswort. Was geben wir in der Woche? Wir brauchen auch noch für unsere Playlist Songs, na, wir können auch erst gerne, auch erst gerne die Bewertung machen. Nein. Okay, faul sein ist wunderschön, aber nicht von Pewi Langström, sondern von die Frohlichs. Froh wie Froh und dann L-I-X. Das ist richtig geiler Punk. Faul sein ist wunderschön. Die Frohlichs ist in der Playlist und ich packe rein, äh, fettes Brot, featuring Falco, Vienna Calling. Okay. Da gibt's nämlich eine Liveaufnahme davon und, äh, rest in peace Falco und rest in peace fettes Brot. Also Emanuela hätte ich rausgewehtot. Gut. Ja, wär auch dein Recht gewesen. Ich würde auch, glaub ich, die bösen Onkels rauswettonen, wenn du die mal reintust. Ähm, bis dann hoffe ich, dass das nicht passiert. Ich hab auch tatsächlich auf dem Ärzte-Konzert auch böse Onkels T-Shirts gesehen bei Leuten, bei Fans. Ja, die, hallo. Das ist, das ist halt, die haben ein paar Banger-Songs. Ja, bestimmt. Liebe Leute, ihr könnt voll gerne mal ein Hörerwünsche einreichen zum Thema Game of Thrones und böse Onkels. Das wäre sehr, sehr funny, glaub ich. Das sind so vorgeschlagene Themen, die mich interessieren würden. Okay, mich interessiert jetzt nur noch die Wertung der Woche. Wir haben natürlich auch gar nicht erwähnt, dass bei Trump jetzt, äh, die Dinger veröffentlicht wurden. Äh, wirklich dutzende Ordner mit Top-Secret-Sachen und so. Egal. Ja, tausende Dokumente, genau. Sprech mal später drüber. Wir geben der Woche eine, wir sagen es auf drei. Eins. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Echt vier? Ja, weißt du warum? Weil ich hab halt, äh, wir haben sehr viel auch über letzte Woche gesprochen. Aber gut, ja. Ach so. Ich hab das CSD-Ding jetzt nicht beachtet. Naja, okay. Äh. Ja, CSD, dann die, dann, dann die große Flut und so weiter, die Dürre, ähm. Ja, das ist halt alles. Und die Fans von Bill Kaulitz. Das ist halt alles, äh, ja, Bill Kaulitz. Stimmt, aber der Rest ist halt alles so ein bisschen letzte Woche. Da müssen wir fair sein, Timo. Sagen wir eine Fünf, in der Mitte. Nee, wir können schon mindestens auf die Sechseinhalb hochgehen, weil diese, also ein Totschlag auf den CSD ist schon einfach nicht so geil. Und das, komm, wir gehen auf die Sieben. Wir gehen von mir aus auf die Sieben, Alter. Guck dir Doug Brandon an. Das ist ein geiler Typ. Okay, danke. Okay, gerne. So können wir gerne abschließen. Weil die Hitzewelle in China ist zwar schon länger und die Fluten waren auch letzte Woche, aber das schwappt ja mit in die nächste Woche, ja. Der Klimawandel ist ja nicht auf eine Woche begrenzt, Leute. Nee, nicht ganz. Gut. Dann haben wir's. Ja, vielen Dank für's Einschalten, wie immer, liebe Leute. Wir bemühen uns, die Hörerwünsche mal zu machen. Yes. Irgendwann kriegen wir's hin. Wir haben ja noch kulturelle Aneignungen und noch eins, ne, glaube ich. Österreich. Österreich. Ah, geil. Ihr seid nicht vergessen, Leute, aber wirklich die letzten Wochen viel unterwegs. Also wir beide unabhängig voneinander, teilweise auch zusammen in Hannover. Und, äh, es kommt. Auch Schröbele. Jetzt wieder krank. Du bist auch nicht vergessen. Ja. Gut, dann, ich widme dieser Folge Malte. Und... Gerne. Ich auch. Grüße gehen raus an die Familie. Das war jetzt richtig geschmacklos. Die Musik ist zu laut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020